Meine Damen, meine Herren, hallo YouTube! Der Onkel ist wieder da. Einen wunderschönen guten Tag. Heute ist der 22.11.2022 für mich persönlich einer der schönsten Tage des Jahres. Warum dem so ist, gleich nach dem Intro. Ja, fast der schönste Tag des Jahres, weil die Nebellandschaften sind da, die Mistlands sind da im Public Test Branch. So, wir gehen direkt rein und zwar der Patch 0.212.5, Mistlands, Public Test. Öffentlicher Test. Heute kam der große neue Gameplay Trailer raus. Wir haben uns den gerade zusammen im Livestream angeschaut und ich möchte jetzt im Nachgang direkt hier das Video aufnehmen, weil es gibt auch neue Patch Notes und das möchte ich euch alles erklären. Und es haben einige Leute gefragt, wie sie denn diese Testversion spielen können. Erkläre ich euch auch? Deshalb, legen wir los. Dieses Update ist für die öffentliche Testversion von Valheim und kann daher instabil sein. Das ist ganz wichtig. Bevor wir dieses Update auf die Standardversion des Spiels veröffentlichen, möchten wir sicherstellen, dass ihr die Möglichkeit habt, Fehler zu entdecken und das Balancing anzupassen, um euch das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten. Greift auf den öffentlichen Testzweig auf Steam zu, indem ihr in eurer Steam Bibliothek mit der rechten Maustaste auf Valheim klickt und dann Eigenschaften auswählt. Wählt dann im neuen Fenster Betas und gebt den Code Yes, I made Backups. Der Zweig öffentlicher Test, also Public Test, sollte nun für euch zur Auswahl stehen. Um mit Microsoft oder PC Game Pass darauf zuzugreifen, startet ihr bitte die Xbox Insider Hub App. Navigiert zur Vorschau und sucht dann nach Valheim Public Test. Wählt beitreten. Wartet, bis die Registrierung abgeschlossen ist, um zum Store weitergeleitet zu werden und installiert dann Valheim Public Test. Beachtet, dass es einige kleine Offsets zwischen den Versionen geben kann, aber dass versucht wird, die beiden so konsistent wie möglich zu halten. Denkt wie immer daran, Rücksicht auf Spieler zu nehmen, die nicht am öffentlichen Test teilnehmen, ebenfalls die Spoiler vermeiden möchten. An der Stelle möchte ich das natürlich auch sagen, wenn du jetzt nicht gespoilert werden willst, dann ist das Video jetzt für dich zu Ende. Ich weiß, es tut dir wahnsinnig leid. Guck dir ein anderes Video von mir an oder mach irgendwas anderes, aber dann guck dir an der Stelle nicht weiter, weil das, was jetzt kommt, sind Spoiler und ich will da keinem den Spaß versauen. Und ich bin heute Abend übrigens, 22.11., ab 19 Uhr live und wir gehen dann live in die Mistlands das erste Mal zusammen. Mal gucken, was uns erwartet. Endlich ist es soweit. Die Reise ins Nebelland. Wir haben in den letzten neun Monaten hart an diesem Update gearbeitet und freuen uns sehr, es endlich mit euch allen teilen zu können. Bitte bedenkt, dass dies immer noch die öffentliche Testversion ist und dass es möglicherweise mehrere Patches geben wird, um Fehler zu beheben und die Balance des Spiels zu verbessern, bevor dieses Update für die Live-Version des Spiels veröffentlicht wird. Euer Feedback während dieser Testphase wird sehr geschätzt, also teilt uns bitte eure Meinung mit. Eine wichtige Sache zu beachten ist, dass das Mistlands-Biom nur in Gebieten entsteht, das ihr noch nicht entdeckt habt. Wenn ihr also viel von eurer Welt erkundet habt, ist es vielleicht besser, eine neue zu beginnen, um tatsächlich in die Mistlands reisen zu können. Wie üblich werden Mods höchstwahrscheinlich auch dazu führen, dass das Spiel nicht gestartet wird, da sie nur mit der Live-Version des Spiels kompatibel sind. Wenn ihr Mods habt, müsst ihr sie entweder entfernen oder warten, bis die Mod aktualisiert wird, bevor ihr spielen könnt. Wir vermuten, dass ihr jetzt direkt in das Spiel eintauchen wollt, also werden wir diesen Beitrag nicht länger machen. Die vollständigen Patch-Notes hinter dem Spoiler-Marker findet ihr weiter unten in diesem Beitrag, unterhalb der gekürzten Version. Bitte achtet besonders darauf, eure Spoiler dieses Mal zu markieren. Für diejenigen, die noch nicht die Chance haben zu spielen und die Dinge auf eigener Faust entdecken wollen. Abgesehen davon möchten wir euch nur diesen Gameplay-Trailer geben, um zu zeigen, was euch erwartet. Natürlich viele Spoiler vorausgesetzt. Verkürzte Patch-Notes. Jetzt geht's los. Neue Inhalte. Neues Biom. Mistlands. Neue Mechaniken. Neun neue Kreaturen. Plus Mistlands-Boss. Mehr als 20 neue Handwerksmaterialien. Zwei neue Handwerksstationen. Drei Erweiterungen der Handwerksstationen. Und drei andere Ressourcen. Handwerkskonstruktionen. 15 neue Lebensmittelgegenstände. Drei neue Tränke. Mehr als 25 neue Fertigbare Gegenstände. Waffen, Rüstungen und Werkzeuge. Mehr als 35 neue Gebäude und Möbelteile zum Bauen, Dekorieren und Verteidigen. Für eure Basis. Neue Arten von Dungeons. Neue Überlieferungssteine. Neue Träume. Neue Musik. Sonstiges. Angel-Update. Zwölf neue Emotes. Und neun neue Frisuren und sieben neue Bartstile. Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Verschiedene Verbesserungen bei Konsolenbefehlen. Mehrere Animationen wurden aktualisiert und verbessert. Mehrere VFX wurden aktualisiert und verbessert. Detaillierte Patch Notes. Spoiler anzeigen. Ah, okay. Achso, die musste ich jetzt extra auswählen. Wow. Okay, wir gehen sie gerade durch. Also wie gesagt, das sind jetzt Spoiler. Und wenn ihr das nicht wissen wollt, macht jetzt aus. Dann, so, ich habe gewarnt. Mehrmals. Detaillierte Patch Notes. Neue Inhalte. Neue Mechanik. Wisp Light. Bewege den Nebel aus dem Weg mit stationären Wisp Lights oder einem, der dir überall hin folgt. Okay. Magie ist Lebensmittel wie Eitir, um magische Notenstäbe zu verwenden. Das ist Google Übersetzer hier. Keine Ahnung. Und entwickle die neuen Fähigkeiten Elementarmagie und Blutmagie. Pilz-Pilz-Zucht. Wie geil ist das denn? Die neuen Mistlands-Pilze können bequem von zu Hause aus angebaut werden. Ah, wahrscheinlich nur die Mistlands-Pilze. Geflügel. Holen sie sich Eier. Schlüpfen und züchten sie. Züchten sie Hühner. Kümmern sie sich um ihre Hühner und bekommen sie Meereier. Freundliche und unfreundliche NPCs. Sie sind auf deiner Seite, solange du sie nicht verärgerst. Neue Kreaturen. Feind Sucher und Feind Sucher Brut. Feind Sucher Brut. Feind Vial. Feind Zecke. Kreatur Hase. Kreatur Henne und Küken. NPC Feind Twerger. Schurke und Magier. NPC Munin, Rabe der Überlieferung. Boss die Königin. Handwerk. Material. Schwarzer Marmor. Material Ypresil Holz. Ich habe es gesagt. Material Blutgerinnsel. Material Weichgewebe. Material Raffiniertes Eitier. Also das wird geschrieben E-I-T-R. Eitier. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Material SAP. Material Gelee Royal. Material Mage Cap. Oder Mage Cap. Also M-A-G-E-C-A-P. Material Jotun Puffs. So steht es hier. P-U-F-F-S. Oder Puffs. Material Ei. Kann von Haldor gekauft oder von Hühnern gelegt werden. Material Rohes Hühnerfleisch. Und Material Rohes Sucherfleisch. Material Rohes Hasenfleisch. Material Schuppenhaut. Material Panzer. Material Unterkiefer. Material Bile Bag. Oder Bile Bag. Bile Bag. B-I-L-E-B-A-G. Material Mechanische Feder. Material Schwarzer Kern. Material Twergerextraktor. Material Wisp. Material Seal Breaker Fragment. Oder Fragment. Workstation. Schwarze Schmiede. Schwarze Schmiedeverlängerung. Schwarze Schmiedekühler. Workstation. Galdertisch. Galdertischerweiterung. Runentisch. Kesselerweiterung. Mörser und Pistill. Handwerkskonstruktion. Eitir Raffinerie. Sonstiges Wispbrunnen. Sonstiges Saftextraktor. Ressourcenstandort. Riesige Überreste. Ressourcenstandort. Alte Wurzel. Baumtyp. Yggdrasiltrieb. Neue Nahrungsmittel und Tränke. Essen gekochtes Ei. Essen gekochtes Hühnerfleisch. Essen gekochtes Seekerfleisch. Und Essen gekochtes Hasenfleisch. Essen. Wieder Magecap-Essen. Jotunpuffs. Essen Misther Supreme. Essen Fleischplatte. Essen Pilzomelette. Essen Yggdrasilbrei. Essen Sucher Aspik. Und Essen Salat. Es geht weiter mit Essen. Fisch und Brot. Honig glasiertes Huhn. Gefüllter Pilz. Großer Gesundheitsmehl. Das sind Tränke jetzt. Entschuldigung Tränke. Großer Gesundheitsmehl. Ausdauermed. Und Minoer Eitrmed. Mit Neue Fertigbare Gegenstände. Werkzeug. Whisp Light. Werkzeug. Schwarze Metallspitzhacker. Twergerlaterne. Dann gibt es neuen Schlüssel. Siegelbrecher. Waffe. Mistwalker. Das ist ein Schwert. Waffe. Jotun Bane. Das ist eine Axt. Und Waffe. Demolisher. Schlitten steht hier. Waffe. Panzerspehr. Waffe. Himmin Afl. AFL. Himmin AFL. Adkir. Waffe. Spinesnap. Das ist der Bogen. Pfeile. Panzerfeil. Waffe. Chrom. Zweihandswert. Geht weiter mit Waffen. Skull und Hathi. Zwei schwingige Messer. Wow. Hat der Popper Spaß. Zwei schwingige Messer? Oder zwei schneidige Messer wahrscheinlich. Sehr geil. Arbalest. Armbrust. Neue Fähigkeit. Dann gibt es Bolzen. Eisenbolzen. Knochenbolzen. Schwarzer Metallbolzen. Panzerbolzen. Waffe. Stab des Frosts. Elementarmagie. Neue Fähigkeit. Waffe. Schutzstab. Glutmagie. Neue Fähigkeit. Waffe. Dead Razor. Glutmagie. Neue Fähigkeit. Waffe. Stab der Glut. Elementarmagie. Neue Fähigkeit. Bombe. Gallenbombe. Ballistamunition. Schwarze Metallrakete. Holzrakete. Ballisten? Schild. Panzerschild. Schild. Panzerbuckler. Panzerset. Panzerbrustpanzer. Panzerbein. Panzerhelm. Panzerzet. ITW-Probe. ITW-Pose. ITW-Haube. Umhang. Federumhang. Neuer Statuseffekt. Feder. Fall. Was hab ich gesagt? Ich hab es gesagt. Neue Gebäude und Möbelstücke. Baustücke. 14 schwarze Marmorstücke. Im quadratischen Block. 2 Meter. Quadratischer Block. 2 Meter Rechteck. Bogen. Sockel. Sockel Ecke. Breite Säule. Kleine Säule. Boden. Dreiecksboden. Gesimms. Gesimms Ecke. Treppe und Viertelturm. Baustücke. 2 abgewinkelte Darkwood Balken. 260 und 450 Grad wahrscheinlich. Gebäudeteile. 2 abgewinkelte Eisenbalken. 260 und 450. Baustück. 2 Wendeltreppen. Links und rechts. Baustück. Twerger Metallwand. Möbel. Hasenteppich. Möbel. Schwarzer Marmorbank. Möbel. Schwarzer Marmorthron. Und Schwarzer Marmortisch. Dann gibt es als Möbel noch Wispfackel. Blaue Jutevorhänge. Blauer Jutevorhang. Blauer Jute Teppich. Möbel. Twerger Wandlampe. Möbel. Twerger Laternenmast. Stapel. Yggdrasil Holz. Also das wird ein Holzstapel sein. Stapel. Schwarzer Marmor. Verteidigung. Twerger Pfahlwand. Verteidigung. Twerger Scharfe Pfähle. Verteidigung. Ballista. Verteidigung. Falle. Sonstiges. Neue Musik. Mistlands. Mistlands Boss. Mistlands Stuntorte. Andere Orte und Halldor. Neue Träume. Neue Überlieferungssteine. Neue Orte. Verschiedene Twerger Außenposten. Twerger Ruinen und mehr. Neue Dungeons. Befallene Minen. Neue Frisuren. Locken. Eins. Locken zwei. Geraffte Zöpfe. Ordentliche Zöpfe. Zurückgezogene Locken. Königliche Zöpfe. Kurze Locken. Einzelbrötchen. Einzelbrötchen. Und Zwillingsbrötchen. Das sind das hier von Prinzessin Leia wahrscheinlich. Und Bartstile. Geflochten. Vier. Braided Fünf. Royale 1. Royale 2. Short 4. Stone Dweller. Und Thick 2. Neue Emotes. Blowkiss. Bow. Cover. Cry. Dance. Despair. Flex. Come here. Headbang. Neil. Raw. Shrug. Neue Events. What's up. Yal. Und they wanted you out. Also zwei neue Events. Jucklut Thing ist jetzt Torn Spirit. Neue verlassene Macht. Haldors Vorrat wird je nach Bossfortschritt aktualisiert. Gelände Generationswechsel um die Anzahl der Mistlands auf der Karte zu erhöhen. Alter. Angeln. Neue Fischarten. Trollfisch, Riesenhering, Salmler, Zackenbarsch, Seeteufel, Kugelfisch, Magmafisch, Nordlachs und Korallenkabeljau. Und handwerkliche Köder für jedes Biom. Moos, klebrig, kalt, geizig, nebel, heiß, frostig und schwer. Angeln ist jetzt eine Fähigkeit, die Ausdauer und Zuggeschwindigkeit verbessert. Fische können jetzt aufgenommen und auf Gegenstandsstände montiert werden oder können stattdessen an der Kochstation zu rohem Fisch verarbeitet werden. Das ist auch geil. An der Kochstation zu rohem Fisch verarbeitet werden. Fische können jetzt verschiedene Größen haben, die mehr rohen Fisch ergeben. Fische folgen jetzt der Bewegung der Wellen. Fische können jetzt über das Wasser springen und an Land herum flattern. Fische erscheinen jetzt in Eishöhlen. Korrekte Schlüsselhinweise werden beim Angeln angezeigt. Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Verbesserungen bei Konsolenbefehlen. Es wird jetzt eine korrekte Fehlermeldung angezeigt, wenn Befehle nicht korrekt eingegeben werden. No Cost, God und Ghost können optional auf Ein oder Aus angegeben werden. Location kann jetzt optional Save angeben, um das Speichern der Welt nicht zu deaktivieren. Spawn kann jetzt nie angeben, um ein Objekt nur dann zu spawnen, wenn es nicht bereits in deinem Inventar ist. Recall macht einen serverweiten Rückruf aller oder benannten Spieler zu ihrer Position. Aggravate verschärft alle neutralen Personen in der Nähe. Restart Party setzt das Flayfab-Netzwerk zurück. Wenn es Crossplay ist, kann sowohl vom Host als auch vom Client verwendet werden. Kill All ersetzt durch Kill Enemies und Kill Tamed. Sonstiges. Mehrere Animationen wurden aktualisiert und verbessert. Mehrere Power of X wurden aktualisiert und verbessert. Ausdauerlevel wird jetzt beim Abmelden gespeichert. Oh! Oh! Ausdauerlevel wird jetzt beim Abmelden gespeichert. Heißt das, der Glitch ist vorbei für die Speedruns? Das heißt, wenn ich keine Ausdauer mehr habe, logge ich mich aus, logge ich mich wieder ein, habe wieder volle Ausdauer. Dann gibt es ganz neue Speedruns. Ausdauerverbrauchsmultiplikator beim Bergauflaufen entfernt. Reorganisierte Gebäude GUI. Teppiche flackern nicht mehr, wenn sie übereinander gelehnt werden. Sehr schön. Überarbeitete Rückschlagmechanik. Kartensymbole können nicht mehr gelöscht oder durchgestrichen werden, wenn sie ausgeblendet werden. Holstering beim Ausweichen verriegelt die Waffe nicht mehr. Ach, der Holstering beim Ausweichen verriegelt die Waffe nicht mehr. Die Haltbarkeit sollte jetzt immer korrekt angezeigt werden. Biom-Musik wird jetzt korrekt abgespielt, wenn kontinuierliche Musik deaktiviert ist. Deadspeak für Bonemass, Moda und Jagdloot behoben. Deaktiviert der saisonale Jack-O-Rüben-Artikel. Das war's. Noch einmal, denkt bitte daran, dass ihr unerforschte Gebiete besuchen müsst, um die neuen Mistlands-Inhalte tatsächlich zu finden. Wenn ihr bereits ein Gebiet entdeckt habt, wird das aktualisierte Biom nicht generiert. Wenn du keine unerforschten Mistlands finden kannst, musst du vielleicht eine neue Welt beginnen. Wenn dein Spiel nicht startet, stell bitte sicher, dass du keine Mods installiert hast. Das war's. Das ist eine Menge Holz. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Es ist viel, viel mehr, als wir bisher dachten zu wissen. Und ich habe eben im Livestream gesagt, ich mache den Livestream jetzt aus und gehe direkt in die Mistlands. Und ich habe es mir jetzt während des Aufnehmen dieses Videos überlegt. Nee, ich gehe heute Abend mit euch live rein. 19 Uhr. Ich will vorher gar nichts sehen. Wir gehen um 19 Uhr mit einem Cheat-Charakter, voll ausgestattet, einfach mal in die Mistlands, um zu gucken, wie es funktioniert. Was es da zu finden gibt und hin und her. Ich glaube, das finde ich ein bisschen spannender, als wenn ich jetzt alleine hier auf Stream reingehe. Ich will es mit euch erleben. Also, 19 Uhr einschalten auf YouTube, Twitch und auf Facebook Gaming. Das wäre ganz toll. Bis dann. Macht Liebe. Ciao, ciao.